Ja, was ist der Digital Turn für mich? Der ist irgendwie eine Konsequenz aus dem, was sowieso gerade der Fall ist. Die Studierenden sind überall, nur nicht unbedingt im Hörsaal. Die müssen arbeiten, die fangen schon sehr frühzeitig an mit Projekten. Auch Teilnehmende außerhalb von Hochschulen sind an Hochschullehrer interessiert. Und da kommen diese ganzen Probleme auf einen zu. Die Ortsunabhängigkeit, die Zeitsunabhängigkeit. Wie sieht es eigentlich aus? Wo kriege ich die Materialien her? Darf ich die benutzen? Und das sind so die Sachen, die Formate wie MOOCs oder wie Open Educational Resources vorantreiben und irgendwann auch zur Konsequenz werden lassen.